Und willkommen zu diesem Video, in dem ich den Monat Juli 2019 noch einmal Revue passieren lassen möchte. In diesem Monat lief das Projekt The Legend of Heroes Traits in the Sky weiter. Das Projekt Virtue's Last Reward wurde erfolgreich zu Ende gebracht und abgelöst von dem Nachfolgeprojekt Zero Time Dilemma. Und nun folgen die Highlights. Miau und willkommen zurück zu Let's Play Trails in the Sky. We are now going to ret the professor. Haha, ich hab Tourette gesagt. Okay, I'll just drop a coin in and... We are the show. Haha, geil! Wie er sich da freut. Okay? Why the hell are you riding it? Look at me go. Hahaha, I can't watch this. There is no good. There is no God. Hey, Sigma. Alice. He is waving at us now. Alice, what's going on? I'm scared. I am not watching. This isn't happening. Everything is fine. Ich glaube, hier gibt's sogar noch einen Rooftop. Das heißt, es gibt eine Dachterrasse. Ach, ist das nicht schön. Von hier aus kann man super springen. Um all dem zu entrinnen. Da kommen die anderen. Musst du mir ins Ohr stöhnen, du alter Sack? Schon deutlich angenehmer. Da sitzen Leute, die wir nicht kennen. Und noch mehr Leute. Und da ist Dorothy, die wir nicht kennen wollen. Accepted. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hätte die ganze Zeit nur hier hinklicken müssen und alles war richtig, was ich bis jetzt gemacht habe? Wie? Ohne Scheiß. Irgendjemand von euch. Wäre irgendjemand auf die Idee gekommen, hier hinten in die Dunkelheit zu drücken, dass sich da irgendwas öffnet, wo man was eingeben kann? Ich nicht. Oh, something came out. Hm, I think the cards can fit in here. Ach, guck mal, jetzt müssen wir auch noch selber verteilen. Und wie soll ich das jetzt machen? Wir haben das als erstes. Ach, okay. Ich dachte gerade, wenn ich jede Karte nur einmal benutzen kann, wie soll ich das dann machen? Boah, Mann, mich regt dieses Rätsel gerade so auf. Man hätte mich auch ruhig mal darauf hinweisen können, wo ich das eingeben muss. Das sah für mich nicht so aus, als könnte man da irgendwas machen in der Ecke. Dabei hatte ich das Rätsel schon gelöst. Warum ist das jetzt falsch? K.O. Winner ist Synth's Team. Äh, Team. Okay, Dingskirchen. Das ist unglaublich. Wer würde so viel Unterweite brauchen? What? Well, ich meine, all diese Boxen und Sachen sind Panty, right? Und es gibt viele Boxen. Pantys? Ja, es sagt Pantry, ja. Aber das habe ich auch immer gedacht. Das klingt wie Panty. Wer braucht so viele Pantys? Ja, Clover. Clover, dear. Es hat nicht Panty. Es hat Pantry. Pantry? Es ist wo, wo du Essen stehst. Oh, ich glaube, das macht mehr Sinn. Obwohl ich so eine Panty schon gerne gesehen hätte. All we need is to do is focus on winning. Right. Ich hätte mich jetzt voll darauf fokussiert zu verlieren, aber jetzt, wo du es sagst, komm, wir fokussieren uns lieber darauf zu gewinnen. Ups. You can't call me Dorothy. Weil so heiß ich auch. This box is look really tasty. I wonder what's under the wrapper. Under where? Under there? Shut up! Under where? Okay, jetzt verstehe ich es. Under where? Oh Mann, ey. I bet it would fit ten people at once. Ich hab das schon gesehen, ja. Das müssen zehn sehr, sehr fette Leute sein, wenn da nicht mehr reinpassen. Okay. Then stick it in already. Go ahead. Clover, den Satz wollte ich von dir schon lange hören. Stick it in already. Ja, ich liebe diese Ansagen, die keiner versteht. It can copy immunoglobulin. It can sag mal dreimal ganz schnell immunoglobulin hintereinander. Ich wette, das kriegt ihr nicht hin. Immunoglobulin. 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 Ich will immer ein zweites L sein. Das ist ein Zungenbrecher. Ja, dieses Wort ist ein Zungenbrecher. Gut, dann machen wir das doch. Erst mal, nein, 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 nein. Ich muss so rumgehen. Ich hätte ja fast was richtig rumgemacht. Das geht doch nicht. Okay, now smile and act natural. Okay. Ich verhalte mich total natürlich. K.O. Winner ist Zins Team. Team. Dings. Kirchens. .